Abfall! Abfall! So, Jim Doverick meine Freunde, was geht ab? Erstmal begrüßen wir den Lieben hier. Und zwar, wir spielen dieses Spiel hier, keine Ahnung wie es heißt, im Prinzip geht es so, da gibt es immer einen guten Geschmack und einen scheiß Geschmack. Und ja, und wir spielen jetzt, hier ist so ein Drehding, ich zeige euch mal in die Kamera, was ich mache. Hier ist so ein Drehding, so hier. Da dreht man halt und da muss man den Geschmack da aussuchen. Leg die mal hier rein. Alle alle rein, alle alle rein. Oh, Digga, ich steu, ich hab Angst. Aber warte, das muss ich auch noch rein tun? Safe? Ja, das ist ja extra hier drin. Äh, Digga, riechst du das? Oder riechst du das? Ja! Digga, schmisch! Äh, Digga! Okay, guck mal, ist ja dein Channel, der fängt so an. Äh, wir haben, warte, was ist das? Was ist das weiße? Schmutziges Spülwasser oder Geburtstagskuchen. Welcher ist das? Ach, stink! Oder viele sind voll gleich aus, Digga. Ja, das ist diese mit... Der, ne? Mit Punkten und so. Der? Äh, genau, genau. Was ist das? Boah! Schmutziges Spülwasser oder Geburtstagskuchen. Wie viele Runden machen wir eigentlich? Ja. Was, ja? Genau, mach erstmal. Guck mal, einmal. Ist doch reich! Ist schlimm? Ist schlimm? Ist doch ehrlich. Ah, das ist Spülwasser. Ich hab schon gerochen. Oh, Mann! Äh, das war ja richtig eklig. Okay, Digga, Gürtel? Nee, du hast gerochen, Digga. Das zählt nicht, ne? Aber das riecht sogar noch Spülwasser. Ich schwör richtig, das spülen. Ja, Digga. Aber ich war gut, ey. Das war richtig, das spülen. Lass den, Bruder, du hast gerochen. Du hast niemals erkannt, dass das scheiße schmeckt. Ja, du hast gesagt, das schmeckt voll gut. Nein, aber du hast ja erkannt. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Aber ich hab einfach gerochen. Digga, richtig. Digga, wie gesagt, wenn du so, keine Ahnung, so ganz mal spülig. Boah, ist... Boah, stimmt. Stimmt. Man merkt's. Aber jetzt hab ich den... Warte mal, er hat... Die, die... Die Stinkwarze oder gerösteten Marshmallow. Das, Digga? Das, Digga? Ich glaub schon, Digga. Oder warte? Ja, safe. Boah, Bruder, gib mal Mülleimer. Mülleimer, Digga! Mülleimer! Ich schwör. Schwör, ehrlich? Oh mein Gott, ich hab gedacht, der Erste ist richtig gut. Ich schwör, der Erste. Boah. Oh mein Gott, Digga. Er hat gesagt, das ist gut, das ist richtig gut. Alter, das wäre geil. Boah, einmal drauf gekonnt, das hat richtig lecker gekonnt. Ich schwör. Oh, Junge. Okay, go. Warte mal. Gib mir dicke Lopover-Schecks. Aber warte mal, ich muss nur... Warte mal. Mach Lampen aber nicht kaputt. Oh, Bruder. Du musst aufpassen. Oh, Bruder. Die sind immer noch schlecht, ey. Warte. Ja, du mal. Pass auf Lampen auf. Ja, Digga, Lampen ist ein bisschen kacke. Au! Oh, shit! Oh, Bernd. Oh, Digga. Das zieht richtig in den Filmen. Oh. Oh, mein Gott. Oh, Digga. Das zieht richtig in den Filmen. Oh. Oh, mein Gott. Was war das für eine Pans? Okay, hau rein. Hau rein, Digga, natürlich. Uff. Alter, mir wird warm, Alter. Ist die blau, hä? Ja. Ist es das? Toter Fisch. Nein, ich glaub nicht. Doch, doch. Der Fisch. Klasse. Ich glaub nicht. Echt? Der schummelt, Digga. Der schummelt. Nein, nein. Das wird der schon sein. Das ist tot. Da fühlst du recht so. Dann fühlst du dich rot. Ja, das stinkt so mächtig, ne? Oder nimm mal den. Das sind die hier. Nein, Gott. Doch, doch, doch. Das sind die. Bitte, Digga. Nimm einen Eimer. Wolle einen Eimer. Wolle einen Eimer. Wolle einen Eimer. Oh mein Gott. Aber ja, ja. Oh nein. Ich schwör nicht. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh nein. Ich schwör nicht fast gleich. Aber ich muss sagen, Wuppa. 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 Wuppa fand auch nicht so lecker. Hundefutter oder Schokoladenpudding. Das sind die, ne? Ja, safe. Ja. Nein, ist nicht gut. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Und? Hundefutter schmeckt's? Geht ja. Nein. Egal. Göttel. Oh nein, Göttel. Oh no. Komm, komm, Göttel, Göttel. Hundefutter. Ich hab's nicht gemacht. Hat ein bisschen so mal das geschmeckt. Bruder, soll ich so machen? Noch Fuß voll drauf. Bruder, übertreib mal nicht, Bruder. Nur deine russischen Gene nehmen nochmal an, Bruder. Chill mal bisschen. Chill mal, Bruder, bisschen. Guck mal, meine Freunde. Bruder, chill mal, bitte. Ja, ja, ist okay. Oh, Digga. 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 Das ist für Trauma, Bruder. Guck dir bitte sein Kopf an, hier. Hundefutter. Guck mal, bitte. Uh, full road. Oh, shit. Oh, shit. Ich weiß, hier unten so, ne? Ganz schlimm. Boah, mich frag, wer ist, Digga. Gerade Dick Gönn bin auf Oberstelle gekommen. Komm, wie er schummelt. Ich hab nur geguckt, was da steht. Das war so, Digga. Nein, ich hab nur geguckt, was da steht. Was irgendwie in die Augen ist. Ja, ich mein immer so, wenn man so rüberhängt. Wie schreit? Was ist das eigentlich? Flüssig. Dings, Wasser, Wasser. Was, Wasser? Spülwasser, Spülwasser. Nein, was willst du da? Ach so, ach so, ja, okay. Dirty, dishwater. Spülwasser oder Geburtstagskuchen? Spülwasser war nicht so schön, bin ich ehrlich. Boah, komische Geburtstagskuchen. Ich glaub, Spülwasser schnimmt sogar besser. Aber jetzt Geburtstagskuchen. Das ist ja voll der komische Geburtstagskuchen. Kein Mensch will sein. Ich schwöre, nein. Ich hab gedacht, Benjamin Blümchen oder so. Nasenpupel, ih, Digga. Oder saftige Böhne. Böhne enttäuscht mich nicht. Kein Bock auf Gürtel, bin ich ehrlich. Ist ein Pupel. Ja, bitte. Spuck, Lala, Spuck. Sonst stirbst du. Du hast den Geschmack ganz zur Seite im Maul. Nein, ich schluck runter. Ich bin ein Ehrenmann. Aber ich schluck jetzt hier. Äh, Digga. Äh, Digga. Glaub mir das, was ich hatte, ist das Schlimmste. Ich schwöre, ich musste direkt raus. Was hatte ich eigentlich? Warte, wie nennen wir ihn über dieses Format? Was? Was? Ne, diese Wand, diese Wand war schlimm. Das später können wir auch noch machen. Er wollte ablenken wegen Gürtel. Aber mach mal nicht gleich eine Stelle. Ja, ich mach jetzt auch nicht so doll. Ich muss noch ein bisschen. Ja, ich glaub schon. Bereit? Ja, wir sind bereit. Willst du hingucken? Ja, mach jetzt. Oh mein Gott. Ah, aber... Ihr müsst euch vorstellen, ich krieg diesen Gürtel. Meine Freundin sitzt so... Sie guckt gerade so zu, ne? Sie macht so. Du hast deinen Plan. Wild. Bitte kriegt er jetzt was irgendwie wieder. Ah, wieder. Dishwater. Nein, der war... Der war... Der war gebrannt. Du musst neu machen. Was steht da? Digga, das stinkt so doll, Alter. Oh nein, stinkende Socken. Murug. Deswegen stinkt das wahrscheinlich so, Alter. Wo sind die Socken? Digga, Puppe liegt wieder nicht, Digga. Wo sind die Socken? Sind das das hier? Warte, wo? Zeig mal. Nein, das ist nicht, Bruder. Du musst sehen. Bruder, der ist das. Boah. Boah, ich hab den Kling raus und der war gar nicht schlimm. Hoffentlich hab ich ihm irgendwie die gegeben. Ist mal, Bruder, nicht richtig. Ist nicht alles. Gib mal, Bruder, bitte. Geh mal, Bruder, bitte. Okay. Bitte, Digga. Ja, ist gut. Digga, die ganze will gut machen. Ich weiß aber nicht nach was das schmeckt, aber es schmeckt gut. Und was soll das denn sein? Entweder... Stinkende Socken, Wuschit. Oder Tutti Frutti vielleicht. Kannst du dir zuordnen. Aber ich muss sagen, ich hab immer noch diese Butter-Popcorn. Das schmeckt ganz weird. Schwarz, Digga. Mal mal schwarz. Stinkende Spray oder Lakritz? Ne, ne, du hast ja keine. Du hast Egel. Achso. Was ist das? Runde Futter oder Schokoladen-Pudding? Nein, ich nehm mal schwarz, okay? Ja, nicht schwarz. Weil das hatten wir noch nicht. Stinkende Spray oder Lakritz? Hoffentlich. Stinkende Spray. Aber ey, für Leute, die keinen Lakritz mögen, ist schon ekelhaft. Ja. So, du magst Lakritz nicht und hast sonst Stinkespray. Puh. Ist Lakritz? Ich glaub sogar, das ist Stinkespray, aber... Geht durch jetzt. Ah, Digga! Ah, Digga! Ah, Digga! Oh, nicht mehr normal, Digga! Meine Augen tränen, schon richtig eklig! Das war so wie bei dir. Das war so der erste Biss, man denkst so... Ja, Mann, schmeckt eigentlich. Ja. Ey, schon richtig eklig, Digga! Full Gänsehaut. Ja, okay, ich bin bereit. Käpt'n Maugen, Mann! Der ist schon gezockt, Digga! Käpt'n Maugen ist bereit. Ja? Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Uuuuuh! Uuuh! Uuuuh! 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 Wild! Ah! Du, letzte Runde, oder was? Ja. Digga, ich will den auch noch einmal Gürtel geben! Kann doch nicht sein, Mann! Okay, warte! Warte mal, wir machen was wir noch nicht hatten. Verdorbene Milch, Kokosnuss, hatten wir nicht. Und faules Ei... Ne, faules Eibutterkotten hatten wir so. Toter Fisch hatten wir auch? Genau. Wir hatten glaube ich schon alles, ne? Außer verdorbene Milch und Kokosnuss. Aber die hatten wir noch nicht. Welche? Siehste? Stimmende Socken. Nein, ich schwöre nein. Okay, du nimmst... Ich... Ich... Ich nehm stinkende Socken und du nimmst verdorbene Milch. Okay? Ja. Okay. Sind die komplett weißen. Die hier, ne? Ja, safe. Boah, Bruder! Geh mal Müll einfach. Wenn das Milch ist, ich reihe direkt los. Das Ding ist, bei dem Spiel das ist so eklig, man beigt erstmal so drauf, man wartet auf den Moment, was ein eklig ist. Du denkst, ja, geht eigentlich. Du baust noch zweimal rein und denkst, Uuuh, Digga. oh Gott Schmeidung Scheiße, ihr. Schock gar nicht, man. Vergehen die ganze Zeit. Er ist locker sortiert oder so. Komm, jetzt gegen Rücken. Abschluss. Abschluss noch gegen Rücken. Komm, das ist für dich. Die wollen das alles sehen. Ja, stell mal vor Kamera läuft jetzt nicht. Läuft? Ja. Die wollen das alles sehen, komm. Ich will kein Rücken klatschen, Bruder, nein. Dann mit Hand. Nein, ich will nein, Bruder, hast zu viel. Du hast russische Stelle, Bruder. Du kannst gerne einen Wicap machen. Bereit? Dein letzte wird doll. Warte, ich mach ein bisschen. Und danach kannst du auch Video direkt. Du kannst es aufmachen. Okay, warte. Digger, das ist echt eklig. So was von ganz saubes. Ich hab alles gegessen. Puppe. Guck mal, was du alles gegessen musst. Ich hab gegessen. Nasenpuppe. Rundefutter. Schmutziges Spülwasser. Stinkespray. Und noch verdorbene Milch. Das reicht doch irgendwann. Nein, das war Stinkesorben. Ich verdorbe. Du hast es den meisten. Ja. Dings. Isst mal noch mal den Dings. Pieper, Alter. Ready? Ich hab vorhin mal so Eier in die ganze Hand. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Okay, Drain. Ja? Ja. Du musst du mal festhalten? Ja, du musst du mal festhalten. Okay. Aber nicht auf meine Hand. Ah, Digger. Du bist geboren. Ah, Digger. Du bist. Ich warte dir nicht. Ich bin kein Bock mehr.